Camper ist Sicherheit. Armaturen, Gussprodukte und gewalzte Bänder, drei Geschäftsbereiche, die die Gebrüder Camper GmbH und QKG aus Olpe im Sauerland erfolgreich haben wachsen lassen. Das eigene Sanitär-Armaturen-Programm für die europaweite Trinkwasserinstallation, der anspruchsvolle Kundenguss sowie Metallhalbzeug in Form von Bändern für weltweite Automobil-, Kommunikations-, Elektro- und Elektronikindustrie. Camper – einzigartige Kompetenz in Buntmetall. Kupfer- und Kupfer-Sonderlegierungen ziehen als Basiswerkstoff durch die gesamte Produktionskette in der Rotgussgießerei und dem Halbzeugwerk. Camper und hochwertige Kupferlegierungen, das gehört zusammen. Kaltgewalzte Bänder aus Kupfer- und Kupfer-Sonderlegierungen sind neben der Armaturenproduktion und dem Kundenguss das dritte Standbein in Olpe. Der international stetig ansteigende Bedarf an elektronischen Bauteilen kennzeichnet die hohe Dynamik und das Wachstum in diesem Geschäftsbereich. Bereits heute werden mehr als die Hälfte dieser Produkte exportiert. In der hochmodernen Gießerei werden jährlich etwa 18.000 Tonnen Kupferlegierungen für die Halbzeugherstellung gegossen, um daraus Bänder in Dicken von 0,1 bis 3 mm und Breiten von 3 bis 350 mm herzustellen. Camper liefert Bänder aus Sonderwerkstoffen auf Kupferbasis mit hochwertiger Oberfläche und homogener Gefügestruktur. Balzgerüste mit neuster Mess- und Regeltechnik erlauben die Herstellung von Bändern mit engsten Toleranzen. Camper-Präzisionsbänder erfüllen alle Kundenwünsche hinsichtlich Verzinnung, Wärmebehandlung und Profilformen sowie individuell zugeschnittener Liefer- und Sonderverpackungsformen. Ein Höchstmaß an Flexibilität wird durch die Camper-Mitarbeiter gewährleistet. Der hohe Qualitätsstandard der Camper-Bänder wird durch modernste Fertigungstechnik, durchgängige Prozessüberwachung und ein zertifiziertes Qualitätsmanagement garantiert. Auch hier wird Qualität durch alle Camper-Mitarbeiter gelebt. Immer getreu dem Camper-Motto, Güte ist bei uns die Norm. Halbzeug von Camper entspricht neuesten Marktforderungen hinsichtlich Oberflächengüte. Im Jahr 2008 wurde für über 6 Millionen Euro ein Bandschwebeofen mit integrierter Oberflächenbehandlungsanlage in Betrieb genommen. Ein weiterer Beleg dafür, dass Camper den Marktbedarf erkennt und diesen mit zukunftsorientierten Investitionen in neueste Technologie beantwortet. Mit der Kraft, die das Unternehmen antreibt und die in der Marke Camper steckt, fühlen wir uns den zukünftigen Herausforderungen gewachsen. Das garantiert unseren Kunden die außergewöhnliche und bewährte Camper-Sicherheit. Fordern Sie uns auch in Zukunft. Für Sie sind wir da.